Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und zwar diesmal wieder aus dem Farming Simulator 22 von der Kärnten App. Juhu, schon mal das einschalten habt. Und zwar ihr werdet euch bestimmt tun, juhu, wieso macht ihr so lange keine Videos und jetzt auf einmal kommen und wieder Videos. Das erzähle ich in dem Video, aber das seht man gleich noch im Intro. So, da sind wir wieder. Juhu, wie ihr schon davor gesehen habt und gehört habt von mir, juhu, wieso mache ich Videos, wie jetzt wieder, wieso ich so lange keine Videos mehr gemacht, juhu, das erzähle ich in dem Video. Schauen wir mal, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Ich habe selber da schon einmal eingeschaut. Ich glaube, da habe ich was vorbereitet. Für die erste Folge, was jetzt rauskommt. Juhu, schauen wir mal, was haben wir denn da, warte mal, ah, Steiger, habe ich da, ein Ladewagen, habe ich da, das ist da, juhu, schauen wir mal. So, ich habe mir gedacht, ich werde jetzt wieder Videos machen, ich werde ein bisschen reden und wieder dazwischen. Wenn euch das so gefällt, lasst gerne eine Bewertung da, ein Abo, würde mich natürlich freuen und unterstützen und schreibt es einen netten Kommentar, wie ihr das findet und, juhu, dann schauen wir mal. So, jetzt bin ich da, wo ist denn der Hof, ich kenne mich da noch nichts mehr aus, es ist so lange her, wo ich das weg habe, vorbereitet habe. Ah, ich baue hier nochmal, glaube ich, groß aufgefahren. Ich rufe von der Lautstärke, vom Sound her, passt es. Dann schauen wir mal, fangen wir jetzt mal mit den Werkzeugen aufwärts zum Hof, dann haben wir, ich glaube, oben ist das Feld zum Ansehen, und, was ich gesehen habe, die, die Enden, sind aber, okay, da sieht man meine, ähm, die Map heißt übrigens, die Kärnten-Map, ich rufe euch den Link in die Video-Beschreibung, könntest du es gerne mal, oberladen, testen, oder vielleicht habt ihr die schon, obergeladen und spielt seid ihr aktuell. Jo, schreibt es mal eure Meinung dazu in die Kommentare, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr die auch spielt und so weiter, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Bom-Mods, mit denen wir, äh, auf die Map, beziehungsweise ins Projekt mit einnehmen können. Jo, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bom-Meister, Maka-Modo, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich rufe, das passt. Maka-Modo, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020